Gilt das Sterbevierteljahr auch bei Wohnsitz in Griechenland? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de, die lautet, ich gucke mal kurz in den Bildschirm rein, gilt das Sterbevierteljahr auch bei Wohnsitz in Griechenland? Schöne Grüße von und so weiter. Also grundsätzlich haben Witwen oder Witwer, wenn der verstorbene Ehegatte selbst schon eine gesetzliche Rente bezogen hat, Anspruch auf das Sterbevierteljahr. Da müssen sie einen entsprechenden Antrag beim Postrentenservice stellen, und zwar innerhalb von 30 Tagen oder einem Monat nach dem Tode des Versicherten. Damit man diesen Quartalsvorschuss sozusagen als Vorschussleistung, als schnelle Rentenleistung schon mal bekommt, um die notwendigen Beerdigungskosten und andere Dinge, die da anfallen, bezahlen zu können. Aber dieser Vorschuss, diese Vorschussleistung ist grundsätzlich an dem Wohnsitz des Versicherten, des überlebenden Ehegatten in Deutschland gebunden. Das heißt also, der Sterbequartalsvorschuss oder das Sterbequartalsgeld oder der Witwen- oder Witwerrentenvorschuss, egal wie Sie es nennen mögen, den gibt es grundsätzlich nur, wenn Sie als überlebender Ehegatte Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.